Musik Also Langeweile wird es nicht geben fangen wir mit punkt 1 wir haben der checkliste vorbereitet für den heutigen tag Morgen gibt es eine andere checkliste wir werden uns heute mit der frage beschäftigen mit einer grundsatzfrage Wofür brauche ich diese technik eigentlich da gehe ich ganz kurz darauf ein das dauert fünf minuten Im weiteren verlauf werde ich noch ein bisschen über die einstellung sagen und den nutzen für den verkäufer und werde mich dann an dieser checkliste entlang hangeln nämlich die einsatzgebiete weil es gibt tatsächlich immer wieder die Meinung dass ein verkäufer nur am telefon damit erfolgreich sein kann oder nur im präsenzverkaufsgespräch oder nur für Raketenwerfer ja zum einsatz kommen kann die technik oder wenn er kloschlüsseln verkauft oder finanzdienstleistungen Wobei das eine mit dem anderen wirklich wenig zu tun hat aber die idee ist euch zu zeigen Was auch privat möglich ist ich habe eine liste aufgeführt von verkaufsaufgaben Bei denen ich zum beispiel persönlich die zwölf stufen technik immer anwende weil sie einfach ein erfolg Es ist ein erfolgserprobtes werkzeug ich muss mir keine gedanken machen wenn ich eine steuerstundung Heraushandeln muss wie ich vorgehe ich nehme einfach das modell zack bekomme ich sie auch ich muss manchmal hunderttausend euro steuern zahlen oder 1.000 euro und will einfach probieren kriegt man den finanzbeamten dahin wo man ihn eigentlich hinhaben möchte damit man dann den punkt mit auf die checkliste nehmen kann und es Funktioniert egal in welcher höhe Gut punkt 2 wir werden ein paar beispiele bringen aus dem mediamarkt ich habe ein paar Erlebnisse die ich mit euch teilen möchte dass jetzt mediamarkt derjenige ist gut ich meine ihr habt ja die chance eure verkäufer bei uns ausbilden zu lassen aber Vielleicht wisst ihr schon längst dass das nicht gewollt wird weil es wird trotzdem noch genug verkauft Auch bei dieser art von beratung aber stellt euch nur mal vor ihr manager vom mediamarkt ihr habt hier 25 kunden die werden gleich ein paar dinge bestätigen und zwar mehrheitlich Einstimmig dann dürft ihr euch gedanken machen warum wir ausgerechnet Eure verkäufer nicht auf dem korn haben sondern eure verkäufer der gruppe ein großes geschenk machen nämlich das vorbild wie es besser nicht mehr laufen soll Dominante kaufmotive halluzinationen wir werden bestimmte dinge noch einmal anschauen damit ihr eine haltung kreiert die euch das erlernen und die nächsten zwei tage erleichtert Immer dann wenn ein verkäufer sagt ich habe genau verstanden was du sagst und ich fühle mich komplett Abgeholt das ist genau das was ich ändern möchte brauche ich ihn gar nicht mehr zu motiv ihren sondern der ist schon Motiv Irrt der hat also sein motiv Und kommt von selbst ins handeln und strengt sich an Ja Okay und so weiter und so fort was passiert mit fragen wenn ihr fragen zwischendurch habt Schreibt sie euch auf es sei denn du kannst es nicht bei dir behalten Du weißt ja was ich meine manchmal nach einer party fährst du nach hause Du bist ganz konzentriert darauf nichts zu sagen und plötzlich Halt mal an So ist es auch manchmal mit einer frage halt mal schnell an ich muss unbedingt auf die wiese Wenn es so ist ja dann okay wenn du denkst mensch viele fragen können wir dann gemeinsam gebündelt beantworten viele fragen klären sich auch warum ist das wichtig Weil wir haben uns in der checkliste so viel gedanken gemacht dass weitestgehend keine fragen mehr auftauchen oder im laufe des trainings von sich von selbst Beantwortet werden fragen zwischendurch zu beantworten kostet immer zusätzlich zeit wir haben es so genau wie möglich durch Getimt haben aber zeit für fragen vorbereitet so art Sagen wir planungsreserve ja aber wir verraten euch nicht wann 13 uhr machen wir mittag Wer bis dahin dringend Also wieder auf die wiese muss um zu eine rauchen um eine zu rauchen oder um vielleicht Was was ich zu machen steht ich ja frei was in den pausen tut der geht Langsam leise raus und kommt langsam leise wieder rein ohne abzumelden einfach so